Paradise haben wir jetzt gerade gezockt, ne? Ja, Paradise, genau. Oh yeah, ne doch nicht, schade. Lol, ey. Lol. Haben wir heute schon Lost gezockt? Ne. Löscht gerade ein paar hier. Na, muss ich auch mal wieder. Kann nicht wahr sein, ich krieg hier nur Stoß. Stoß sag ich auch noch. Nur scheiße. Ich bin auch so ein Hammel, ne? Ich bin so ein Hammel, ich kann auch schon mal die Ragan abgeben, dass ich die Chance hab, sie neu zu bekommen. Oh, Teddy. Ja, ja. Was mit dem Schaufelrat ist richtig, gell? Ja, je nachdem, ne? Haben sie richtig Neues gemacht. Wenn die Perks jemanden mögen, dann schon, ja. Aber wenn nicht... Du weißt auch nicht, was du redest. Ja, bei mir? Kommt die ganze Zeit nur Speed School, obwohl ich Juggernaut brauche. Das meine ich halt. Na, da muss man halt drunten rennen, ne? Nur scheiße an der Kiste halt. Aber was soll ich machen? Ja, die ist nicht scheiße. Ich punch die auch, glaub ich. Ah, das ist grad'n bisschen langweilig, aber ich muss an die Kiste gehen. Sonst werden wir die nächste Runde nicht mehr überleben. Was hab ich bekommen? Ich seh's gar nicht. Na. MG 42. Oh yeah. Cool. So, punchen. Ach toll. Nach toll! Ich brauch aber auf jeden Fall wieder ne Raygun irgendwann. Schieß hier, Alter. Was meinen die? Hallo, noch da? Alberto? Äh, Roberto? Ja. Gut. Ich bin noch da. Wo willst du rennen? Ihr wollt' ich. Also kann das Ding ja eh weg. Ja. Ja. Ja, bei dem schon. Also ich versuch's. Weil... Naja. Ah, fuck. So, auf geht's, ne? Ja. Was hängt mir eigentlich dran hier? Typ 100. Nice. Viti Saar ist offline. Was machst du, Viti? Was soll ich machen? Bist offline. Ich bin die ganze Zeit schon offline. Boah, das ist echt beschissen, dass es jetzt dunkel ist. Warum? Das ist doch... Geht doch. Ich hab damit kein Problem. Findest du es schlimm? Ja, ich... Ändert das was? Aber jetzt kriegen wir nur noch Zombies für zwei Personen. Das weißt du, ne? Das geht jetzt viel, viel schneller. Ja, nee. War ich mit Yanni? Ja, nee, hat er gesagt. Joker, du bist noch da, ne? Ja, nee, hat er gesagt. Korrekt. Oh, das ist echt... Nicht leicht mit Juggernaut. Äh, nicht leicht ohne Juggernaut. Leute! Warte, warte, Schirmer, Schirmer, Schirmer. Jetzt rennt zum Juggerautomaten. Ja, versuch ich. Hey, Leute, ich bleib auf den Boden stecken. Nein, die Hunde. Warte, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Warte, komm, 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 komm. Es geht, komm, 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 komm. Es geht, komm, komm, komm. Es geht, komm, 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 komm. Egal, bleib da, bleib da. Bleib mit Kiste holen. Naja, geh mal in die Kiste. Ich bin wie die Reapers voll scheiße. Dann mit einem ganzen verfickten Haufen getötet, Alter. Jaga, ach, du hast es nicht mehr mitgekriegt, Scheiße. Nein. Nein. Das, ne, das ist... als Opfer jetzt einfach die Affen für dich mehr erlaufen Nürnstürkchen und wenn er die Fremdrecken er kann er kann was soll ich bekommen kein Mann und gerne Sache die Wüte so gut die Wüte wie ich die Zombies wegfetze Nein, es geht wieder Näh, ich kann es vergessen Achso, Wüte Ich habe ja gesagt, wegen COD und so COD4, was ich ja momentan Multiplayer 4 spiele Du kannst für mich sowas machen Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass du das für dich benutzen kannst aber du kannst ja für mich sowas machen Ja Korrekt, kommen wir ins Geschäft, Alter sprechen wir später drüber Ich will natürlich Cache sehen Naja, Cache, Alter Sowieso Kevin, ich kann wieder zacken Falls irgendwer mich interessiert Ich habe gar nichts gemacht Geht wieder, Wolletour Ja Doch, du hast Punk Buster Oder Bei Punk Buster Dings, Wolletour hinzugefügt Ja Aber es hat sich irgendwie nicht gespeichert worden Na, jetzt geht es auf einmal wo ich wo das die Marktqualisierung war Ja? Ja, es geht wieder Obwohl das andere immer noch installierter war Da liegt was Ah, sehr schön In Stau noch, geil So, ich glaube die sind alle gespawnt, ne? Würde ich mal behaupten Komm, lass Muni fallen Lass Muni droppen Madengesichter Mannee Da liegt was Da liegt Muni Muni Das ist doch mal geil, ey Nein Oh Gott So, jetzt sind sie tot, die Klöne, pass auf, weiter Ich fress hier so auf Guckst du, kannst du in, äh, guckst du in externe Ansicht zu? Ne, ich kann nur außerhalb Ja, also externe Ansicht Achso, ja Ja, verleglich Auffressen tut die Die Waffe frisst Die frisst Zombies Ja, wir kriegen noch Zombies für zwei Personen Sehr nice Ja, wie soll ich das nächste Runde machen? Ich hab nur noch 1090 Ist natürlich Nicht gut Ja, weiß ich auch nicht Weiß ich auch nicht Weiß ich auch nicht, weiß ich auch nicht Nein, wir müssen jetzt eine Waffe kaufen, diese eine da Aber MB 40 oder so, ja Hunde Runde dein Glück, Alter Oh, mein Glück Na komm her, hier hinten zu mir Ja, ich bin auf dem Weg Fahr mal auf zu können, so Okay Und nicht schaffst du's Ja klar, ja Korrekt Na toll Na, ich schieße so, obwohl gar kein Hund Das ist so eine Scheiße Die vier Die vier können wir können Ich komm ihn jetzt aber auch zu mir Was, du bist schon da? Oh, für 30 Sekunden Fuck Jaja, ich komme Boah, das ist doch Neh Aber wir kriegen auch nur Hunde für zwei Personen Das ist echt Mies Letzter Hund Ah, nee, doch doch nicht Jetzt, letzter Hund Doch nicht Willst du dir noch irgendwas holen? Ich hab 970 Muni ist da Kannst du nehmen Ja, ich kann sowieso nichts Was soll ich machen? Ah, das weiß ich auch nicht Keine Ahnung Du brauchst Punkte, also ne Punktewaffe Und dann erstmal renn durch bei mir da Bei dieser großen Fläche Sicher? Naja, klar, ich hab damit kein Problem Ich renne überall Also ich bin nicht der beste Rundenläufer, ne? Ja, da hinten hast du massig Platz Wiss mal Auch noch durch den hier Baus und Tastatur Ist ja was ganz Neues Nicht quasi Dat, 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 dat Lol Was denn? Da kann, kann man eigentlich nicht sterben Ist zu groß, da hinten die Fläche Ja, aber die Hunde sind das Problem bei mir Hast du Hunde bei dir? Ja Drei Stück zwei Stück jetzt hast du eine Chance und jetzt kannst du dich auch wieder ausrüsten das ist jetzt dein Hauptgewinn hier Alter 6 halbem Lotto für dich hier BAM BAH 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 BAM BAH BAM 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 kein Touch munny Ah, ich hab schon... Nein! Wollte noch Affen werfen und so. Oh, krall. Die Perks blinken voll, wenn ich schieße, Alter. Die Perks kommen damit nicht klar, Alter. Wenn ich hier mit der... Wenn ich hier mit der Reaper zocke. Nice. Oh, was für ein Glück habe ich so. Ach, die leben noch weiter, ja. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, ich hab' Glück, ein bisschen leben sie noch weiter, ja. So. Bin, glaub' ich, der schlechteste Sniper, der hier rumrennt, Alter. Aha. Zio 4, ja. Aaaaaah. Fist. Geht auf. Nice, nice, alles durch. Wall. Du, 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 du. Na, ich bin genau vor dir, Alter. Ist doch unfair. Oh, du bist willkommen auf dem Menü. Hallo mein Name ist wie dieser ich bin der einzige Mensch der die Reeper Scheiße findet Nein Kommt ein Korb Alle Abonnenten tegt man kennen wie scheiße die Reeper ist Alle mal Kommentare schreibt Einfach scheit auf Reeper oder so Ha 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 Mit Sicherheit alter Ja ja glaubt auch nur du alter Na wir stehen sehen Na wir schreiben Weil die einfach scheiß ist Total eh Geht nicht die Tommy Sieg Team Erläuter Den Mund muss ich treffen Na Wenn ich dich dieses Team nicht gestorben hätte ich noch meine ganzen Perks Ja Du würdest jetzt aus Ja Wer wiegt die noch da und Joker Ah Beschwerde ich weiß die Ja mach ich Schreib sie an Ich hab grad abgeschickt Was deine Beschwerde eingereicht? Ja 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 Also 시청 sie überzeitiert 28 der früßdol für zwei gestorben es hat es hat es hat es geht die die das musst du mit für sich sie haben ein Füßel oder durch Lobby da die Spektik der Jokas auch wenn es geht ich wechseln nur auf Multiplayer ich kann nicht mehr drücken ja du du meinst den zu spenden loslassen ich habe was klar habe ich gesagt wer ich bin so gut welchen Server ja ich bin nicht einladen ich bin zum deutschen Server nachher fahren dass man die Kiste kommt was für ein Türen Modus er schritt für alle ist klar es kann sein wie es dann auch an die Lärmung ist er noch Lohle VB Brandenburg er hat bekommen aus ja kommen es ist alles durch Kürtl Kürtlj habt ihr noch eine März für danach oder so ja mit Sicherheit die neue Gründer ein Tierpol und die Märzungen alles ist laut wenn es heftig in es heftig die müssen unbedingt zocken soviel da muss man bei seinen Joghauer 8 Joghauer zu bei so vielen dabei sein müssen aber ich weiß gar nicht mehr was sie hier bei Airport zum Beispiel Gipsen Gipsi ist der Grund um da will ich auch gestern er hat die ganzen Tage er macht man mehr in will ich gerne von mir die sehr sehr kompliziert werden die Gezockt ganz kurz mal angezockt was ist bei ihnen noch mal ich weiß es ist nicht alle diese Zeit richtig kranken also richtig 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 kranken wir haben noch einigen das ist aber richtig verrückt Joker richtig verrückt ohne Scheiß Prozent und es gibt einen Job da kriegt jeder Spieler 10.000 Punkten aber ich weiß ich werde sich zu viel verraten wir haben auch nur noch reingezogen ganz kurz als weiß ich wie da mit Gas und so ja genau diese Eier was ein Kämpfer das ist schon mit sich so bei dir um ich habe noch ein bisschen an damit sie sich perfekt in der Reihe ab und dann wollte ich so ein bisschen drauf also bei dieser Leweck oder wie neuerlicher ich will aber richtig wollen also ich will die beliebigen so was ich verstehe aber ich bin dann aus so wie alle aber die sollen das muss weitergehen hier da passt und kein Problem doch halt nun Krohler mehr nicht damit ich mir mich bis aus aber ja keine Sorge aber ich lass mal ein Krohler Punkte das braucht das mir gestern noch das ist ja auch gut no und erborten Leiter Lorne angetrückt und sind doch alle raus geflogen und die Beyerbaut Na ja das ist sechs gestanden oder was wenn ich wollte das ist alles Taktik also wenn man kann ich es dann beim Multipläer ja nicht meinen mit diesem um kommen die Leuchttemberg mehr bisher so heimlich ist er obwohl es kämpfen man nicht ich werde nur gespunnt mach mal schon unterhalb von laut killer 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 hohe fernia hier ist eine Atombombe ja, nee, Maximo warte, noch nicht nehm kommst warte, jetzt muss ich noch kurz ne Runde drehen 8g, Mann was, war's doch ja klar, Mann gerade Reaper abgegeben, Mann boah boah, noch welche? na, mit Sicherheit ich war jetzt noch ein bisschen drauf, damit ich noch ein bisschen Kohle bekommen gut, jetzt spawnen noch welche, passt ja, Camp, Mann auch Hunde und nie oh, ja ja hätte man gerne die DG2 oder Läger leicht lächerlich, ich spawn und werd schon sofort abgeschossen DG2 gibt's ja gar nicht, oder? DG2 gibt's doch, die hatte Joker vorhin echt ja, nur mit wenn ich sie bekommen würde, ne? ey, ich bin so fort tot wie asozial ist der die Hälfte ich kann nix machen ich finde das geiler Wollte, wo Multiplanders keine vollautomatischen Sturmgewehre gibt, nur die STG ja kommst du zu Sturmgewehre Digga ist ein MT und das geilste ist dass die Leute damit sogar noch spielen ja ich hab voll viele Deutsche hier ganze deutsche Server hier hab kein mehr äh ich hab noch ein paar Jahre, du könntest drüber kommen und ein paar Crawler machen von mir aus ich hätte da nichts dagegen ach je man hab ein Crawler ich komm rüber ja ja wär gut die werden auch spawnen so viele wie du hast ja die spawnen auch bei mir auch schon wieder oh man wird nur angehittet von diesem Drecksköter ja ey ja du hast sogar noch so viele als die neue spawner, ich pack's nicht ich geh mal deinen ganzen Haufen platt machen gehen, warte? ja ich hab vielleicht zwei oder so gekillt ich hab vielleicht zwei oder so gekillt geh weg das ist ja nicht ohne ja Butler und fast ein schaft mehr die Kinder nicht hat ihn noch keinen Mann die durch den Vorlauf gekillt seit in einem Team war es also im Gegenteil okay 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 jeder Tag an Ort kaufen du musst du bekommst ne haben muss ich oder was ich froh dass ich das bekommen ganz kurz auf Juggernaut warten Juggernaut okay 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 äh wo campen die man der Glamaster das ist so ein Weg die campen alle hier noch ganz schnell Kiste naja lass dir Zeit lass dir Zeit ich äh tränk jetzt mal irgendwas und so dein Dings der Schlag da weiß ich nicht was das war wie Predator der hat mich auch angekillt Artillery ja ja das hab ich gesehen aber auch ein von zwei Killed bei dir auf dich da jetzt hab ich der sind drei ach du Wexer wie sie campen ich kann mir nichts mehr kaufen ne das gibt's nicht können die jetzt mal aufhören ey lächerlich ist das n ich und schon wieder abflacken und gekauft ja es bunt hoot bunt hoot bunt hoot was denn mein Gott mann ja ich hab jetzt zwei Waffen und Juggernaut ich hab mit der Kiste einfach viel zu viel Pech Pechvogel halt ne wirst du gleich ready? ähm warte ja passt ich glaube eine Hunde kann ich schon wiederkommen lächerlich mann äh irgend so ein Drecks Gas oder so ein Scheiß mann oh ne die Hunde ah du hast äh Jugger ne? oh ne die Hunde wie kannst du das? gibt's hier irgendwie ein Ende zu kaufen? ähm nein jetzt hab ich nichts gesehen Glauben tu ich's aus auf Jugger weißt du ob's hier ein Ende zu kaufen gibt? oh bei Paradise? na keine Ahnung keine Ahnung aber spiel ich das erste Mal oder hab ich das erste Mal gespielt? ja irgendwo muss es bestimmt ein Ende geben boah es hat ja nicht jede Karte so ich komm zu dir damit alle Zombies bei dir spawnen damit du ganz viele Punkte kriegst ja mann was alle Toten nein also leist auch da oder nicht wenn ich bleib nur kurz hier was du eigentlich alle tötest so was er tut sich so ein sindster Digger nutzt das doch aus kann sie in Deutsch auch scheinen nein Orbeba vor dem Winter auch nein ich werde doch noch sterben nein ich kann nicht nach hinten gucken tot nein nein hättest du ne andere Waffe hättest du so erlebt nein ja ich LOL nein ne ne Kevin Kevin ich weiß nicht ob ich's überlebt ne treiber kann man denn nur sterben komm 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 ja 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 wie jetzt bin ich hinter dir ja ich lag nach ich lag nach ich muss weg ich muss weg ich muss weg nein nein ich bin blockiert oh scheiße ja mit Abstand echt eine coole Map zu den äh die wir jetzt letztes haben also hat auf jeden Fall Bock gemacht Jürgen ist wie verarschen habe ich viele Punkte meine geilen 17 Downs naja Wende na ja wir sind wir sind oh mein Gott ich sag mal dort ne wir sind tot hier egal es hat trotzdem Spaß macht auf jeden Fall ja finde ich auch war ne coole Karte kann ich nur weiterempfehlen alle 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 Perks und dann also noch so ein extra Perk wo keiner weiß was es ist aber da werden mit Sicherheit wieder Kommentare kommen was es ist brauch ich jetzt gar nicht gucken ja mit Sicherheit na gut Leute ich will es auch wissen ich äh ja bedanke mich fürs Zuschauen viel Spaß viel Erfolg beim Zombies killen und VT alter dein Einsatz haste warum ich ich spiele nicht mehr mit ja trotzdem weiter ihr habt mit haut rein Leute ich wünsche euch was jo tschoo WEGTICK IS MY ZOMBIE KILLING BUDDY WEGTICK IS MY ZOMBIE KILLING BUDDY Innen Vielen Dank.